Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Das letzte Rampen-Video kam extrem gut bei euch an und Ediths dachte sich, er zaubert hier was Neues, Freunde. Mein Gegner, wie immer, bei den Rampen-Maps ist Odoman, Freunde. Ihr könnt sehen, wir haben die neuen Nike-Skins. Ich feiere die extrem. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr euch die holt, Freunde. Wenn ja, könnt ihr gerne unseren Creator-Code benutzen. Ich brauche nicht sagen, wie der heißt, ihr wisst, wie der heißt. Wir haben hier André-Odoman-Bautim. Andi hat mitgeholfen. Äh, Semühl, Maxühl und Stitchühl haben auch mitgeholfen, Freunde. Bei uns ist momentan so, unsere Bauteams unterstützen sich gegenseitig. Ich feiere das. Ediths hat auch vorhin noch erzählt, dass er mit Andi zum Beispiel schon richtig gute Freunde geworden ist, Freunde. Und das macht mich immer sehr stolz, dass wir sowas ermöglichen mit unseren Bauteams zusammen, dass sie auch Freunde werden. Und ja, ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, Freunde, ob ihr Bock aufs Bauteam habt. Wenn ja, könnt ihr euch auch gerne bewerben. So, Odoman, ich würde sagen, du weißt, wie es läuft. Wir machen hier verschiedene Minigames. Er meinte, er hat diesmal wieder OG-Dinge eingebaut. Songeraten, Fall nicht runter, okay. Wie viele Blöcke Kohlebattle-Ediths was. Und Harpoon-Battle. Okay, du bist der Gast. Du darfst zuerst aussuchen, was wir als erstes machen. Lass zuerst... Komm, Harpoon-Battle. Komm, Harpoon-Battle. Komm, die Harpoon-Battle. Ohne Schummeln, wir gehen erst rein. Ich bin schon zurück. Gucken uns erst... Ich verdr... Ach, Digga. Ich hab die Fahrt ruht. Tschüss. Nein, Moment. Warte mal, du bist irgendwie in der Luft noch wieder nach oben geflogen und ich bin als erstes runtergefallen. Wie hast du das gemacht? Hä? Nein, ich glaube, das war nur ein Anzeige-Bag. Bei mir war es schon weg. Okay, komm nochmal. Komm, nochmal. Warte, warte, wie viel Leben hast du? 50. Ach, tot. Okay. Du musst ganz einfach respawnen, Freunde, damit es auch fair ist. Weil wir wollen ja nicht schummeln. Ich weiß nicht mal, woher dieses... Ich hab die vertruht bekommen. Äh, komm. Ich hab die vertruht. Okay. Komm rein. 3, 2, 1, komm. Ah, guck mal, ich hab die von... Ciao, mach's gut, Digga. Sü. Hey. Nein. Was, Junge? Okay, okay. Udo hat gewonnen, da warst du, Freunde. Ich hab dich gekillt, hab noch eine Box auf meinem Rücken. Box. Nee, bei mir nicht. Bei mir hast du nur eine. Irgendwas. Äh, du bist halt eine Box. Eine Box. Okay, so raus. Du kannst nehmen, was du möchtest. Warte mal, wir müssen erst mal auch gucken, was für Rampen die haben, Alter. Oha, Dartscheibe aber in senkrecht, oder? Wie nennt man das? Senkrecht, was gibt's noch als senkrecht? Waagerecht. Waagerecht. Herr, äh, höre ins Abad. Also plattenmäßisch. Plattenmäßisch. Was ist das mit dem Wasser? Ich glaub, welches Auto kommt tiefer, ne? Tiefer, ja, ja. Boah, was ist das mit diesen Dings? Boah, dahin musst du mal langfahren. Okay, wir haben die wilde Dinger. Alles entscheiden oder nur Fahrzeuge und du entscheidest sie. Beides, beides. Ich glaub, der Rest entscheidend ist halt dumm. Eigentlich schlechter für dich dann, wenn du gewinnst. Okay, komm, Ballers und Motorrads. Okay, komm. Ich nehm Motorrads. Ja. Und wir machen... Wir machen... So raus. Komm, wir machen dieses da hinten, diese Zylinder. Okay, das ist wild. Da bin ich gespannt. Webflip. Okay, okay. Ich glaube, dass ich da sogar einen Vorteil habe. Niemals. Wollen wir machen ohne W loslassen. Also man muss straight fahren, weil sonst könnte man ja immer von Zylinder zu Zylinder gehen. Okay, okay. Steig ein, steig ein. Nein, nein, ich guck von hier. Ich guck von hier. Okay. Seitensicht. Okay. Tu es, Junge. Okay, Odoman startet hier sein Try. Welche... Was kriegst du jetzt? Minus eine Waffe oder was? Warte mal. Ich glaube, das geht gar nicht. Okay, Freunde. Ich glaube, wir müssen das hier später machen. Odoman sucht die neue Rampe aus. Jo. Was war das, Digga? Okay, André, wir gehen. Das hat auf jeden Fall aus als wehgetan. Okay. Was ist das hier? Stunt, oder? Junge, probier gar nicht erst. Warum sollte das funktionieren, wenn das andere nicht geht? Wir gehen... Wer kommt tiefer? Kor... Hä? Ich werde am oben an der Oberfläche schwimmen. Ich kann gar nicht nach unten. Okay. Egal, du machst so, ich mach so. Ich gehe zuerst. Ich gehe zuerst. Okay, okay, okay. Ah, nee, dass es Dart fällt, aber mit Wasser. Du darfst dich nicht bewegen, Odoman. Da, wo du landest, sozusagen, kriegst du deine Sache. Weißt du? Ja, ich bin ganz am Rand, also grün. Okay, wir schauen, was Odoman bekommt. Bruder! Was ist das? Was machst du da, Junge? Oh, die Tricks! Warte. Und er schafft es trotzdem nicht. Was hat der denn gemacht? Warte. Du musst halt drüber springen, Junge. Okay, ich muss drüber springen. Das ist halt extra schwer. Warte. Geht's? Oh. Ich bin gespannt. Warte, lass mich einsteigen. Bin ja eh schon. Okay, tu's. Jetzt sind wir schwerer, jetzt geht's einfacher. Wow! Ja, okay. Das ist blau, würde ich sagen. Blau? Ja, du bist bei blau gelandet. Oder lila. Bei Sandweitsprung ist ja auch immer nicht deine Füße vorne, sondern dein Arsch hinten ist das, wo du gelandet bist. Okay, okay, okay. Sagen wir blau. Okay, ich hab grün. Aber warte, das ist doch. Hm? Das ist, das ist lila, Bro. Ich weiß es nicht. Ich bin, also... Doch, guck mal. Grün ist hier. Dann ist hier blau. Und das hier ist lila. Dann ist lila. Okay, nee, hast recht. Bei mir sieht beides aus wie blau. Ja, ja, bei mir auch. Einmal königsblau und einmal so ein grau blau. Oh, oh, königsblau, Digga. Digga, weil ich bin Kön... Spaß. Okay, so. Oh, du Mann. Lila. Wo sind unsere Waffens? Ah, hier hinten. Oh, ja. Oh. Wir hätten einfach diese Geräte nehmen können. Chöp, Welt. Einmal resetten ist erlaubt. Ihhh. Ja, die ist wild, die ist wild. Ey, was redest du, die ist übel strong. Dann willst du tauschen. Hau mal ab, Junge. Okay, komm, Minigame. Ich darf aussuchen. Okay, tu es. Komm, Kohlebe... Nein, 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 nein. Wie viele Blöcke? Ja, komm, wie viele Blöcke. Komm, wie viele Blöcke. Das ist entspannt. Blöckers. Ah, okay, hier wird es geredet. Hä? Einfach Gruu. Baby Gruu. Okay. Boah, okay, das müssen viele sein. Guck mal, hier kann man sehen, das ist einer, Freunde. Also sind das bestimmt 600. Ne, zu viel. Sagst du? Ja, ich sag 550. Ja, guck mal, wie er ist. Irrenlos. Gebaut von Andi, by the way. Andi hier. Maschine. Maschine. Lösung. Boah, Maschine. 1.700, oha. Digga, in welcher Dimension lebt er denn? Wie haben die das gezählt? Wie? Sag mal bitte, wie. Er hat wahrscheinlich mitgezählt beim Bauen. Ja, eins. Ich baue den ein, ich baue zwei. Wenn ja, Andi, Respekt. Also ich hätte es nicht durchgezogen. Komm, wir wieder tanzen. Okay. Das heißt, ich darf aus Suchen. Suchen, Suchen. Suchen, Suchen. Oh, noch ein Motorrad. Hä, warte mal. Was ist das Gegenstück zu dem Motorrad? Ich glaube, der Baller ist nicht Respawned, Bro. Das war schon mal. Nee, nee, alles cool. Boah, dann nimm wir LKW und den hier. Ich nimm den. Und jetzt gehen wir zu den Zylinders. Ach, Digga, ekelhaft. Oh, yeah. Ich weiß nicht, ob das schon zidiert, Junge. Ich schon. Dieses Wasser macht einen voll langsam. Hat er damit gerechnet? Ich weiß nicht. Okay. Oh, du meinst, ich fange an und steige dann bei dir ein, okay? Okay. Zieh durch, Junge. Oh, wild. Wohin, sei ehrlich, wohin? Also man muss reinlanden, glaube ich. Das konnte ich vorher natürlich nicht wissen. Deswegen, wenn du willst, mache ich nochmal. Aber ich war bei Gold. Okay, Odo, ich bin gespannt, ob du überhaupt irgendwo hochkannst. Ich habe gerade struggle mit dem. Digga, nimmst du einen wilden Anlauf oder was? Bist du bereit? Steig ein. Ja, ich bin bereit. Ach so, warte. Okay. Tu es, Junge. Stabil, Bruder! Okay, wir machen so. Du darfst auch Lambo benutzen. Aber wir machen beide nochmal neu und man muss reinlanden. Okay, okay, okay. Okay. Okay, Freunde, ich bin gespannt, ob das überhaupt möglich ist. Die sind verbuggt, die Trucks. Hörst du das? Ja, ja. Nervt auch nochmal. Oh, shit! Der piept trotzdem weiter. Der ist kaputt und piept trotzdem weiter. Er piept trotzdem. Er hat meinen Kopf kaputt gemacht. Schuld dich ab, Baby. So was gibt es nur in Fortnite, Freunde. Deswegen mag ich das Spiel. Okay. Bin gespannt. Odo, Mann. Okay, bist du bereit? Du darfst nicht zu doll machen, ich sag dir. Du musst richtig dribbeln. Okay. Das Piepsen macht mein Ohr gerade kaputt. Nein, bei mir ist es nicht mehr zum Glück. Oh! Oh! Okay, das ist crazy. Das war stark, Digga. Das war crazy, Digga. Machen wir nach, Junge. Okay, easy. Krieg ich hin? Ich habe mir gemerkt, was du gemacht hast. Okay. Let's go. Baby, let's go. Okay, let's go. Oh, das wird nichts. Das wird nichts. Nein! Oh, doch! Er hat sich echt gemerkt. Er hat sich echt gemerkt. Ja, ich fahre jetzt direkt zum Start. Oh, wohin, wohin, wohin? Machen wir nächste Rampe auch noch direkt. Okay. Irrenlos. Hä, wie bist du nicht draufgegangen? Hast du gedacht, ne? Junge, pass auf, ich bin... Hast du gedacht, ne? Muck nicht. Warum hattest du so wenig Leben? Achso, wegen der Explosion, Cringe. Ich weiß nicht. Okay, so. Beide Gold. Bin ich down mit. Amri. Willst du die haben, wirst du dich resetten. Ne, mach rum. Also, ich will sie nicht. Ja, okay. Darf ich noch mal? Ja, ja, mach. Oh, nimm mich wieder. Ja, Digga. Ich krieg direkt Karma dafür, dass ich nett bin. Schade. Okay, such raus. Du weißt eigentlich Song erraten. Du weißt. Komm. Komm. Bin dabei. Vorsichtig laut. Vorsichtig laut. Geil. Vorsichtig laut. Also, ist es vorsichtig laut? Oder ist es vorsichtig laut? Es ist... Du musst... Du musst nach vorn... Du hast den Kopf gehauen. Okay, bist du ready? Startet es, Beats. Den... Den... Was soll das sein? Noch sagt mir das nichts? Doch, mir sagt es was. Irgendwie so ein Star Wars Team. Hätte er gesagt von Wednesday oder so. Kann auch sein, ja. So ein Horror. Okay, jetzt. Jetzt sagt mir das was, aber ich komm nicht drauf. Okay. Wir haben hier drei Ausfallmöglichkeiten. Der Surface? Weiß nicht, was das ist. Der Surface? Kenne ich nicht. Der Surface. Surface. Below the Surface. Das hört sich schlecht an. Below the Surface oder the Surface? Ich sag Blow. Below, nicht Blow. Ja, falsch, du Loser. Bei mir steht löschen. Löschen? Ja, bei mir steht löschen. Bei mir steht richtig... Oh mein Gott, du warst richtig geraten. Let's go. So. Was heißt, du darfst wieder Autos aussuchen? Okay, komm. Könnt ihr mal gerne reinschreiben, ob ihr das Lied kennt? Ja? Wir gehen mit Truck und das ist die andere. Ich nehme aber Truck und du nimmst das andere. Okay. Edith supportet mich. Wir machen... Da. Edith ist, glaube ich, gerade gar nicht da und fährt aber mit dem Auto mit. Ja. Okay, was machen wir? Ja. Aber diese Dart? Diese Dart hier. Hm. Okay. Horizontal, vertikal. Okay, dann Oderman gib ihm. Ich schaue von hier zu. 3, 2, 1, go. Okay. Abil! Stabil! Du, ähm, bist nirgendwo gegengelanden. Ich glaube, ich habe fette Grau bekommen, Bruder. Okay. Sehr gut. Ich glaube, ich werde noch fettere Grau bekommen. Ich bin super langsam. Das Wasser hat uns komplett ge... Boah! Stabil Grün! Stabil Grün! Ich glaube, mehr kann gar nicht passieren. Dann hätten wir mit Lambos machen müssen oder mit Rock'n'Leak Autos. Boah! Das ist auch eine wilde Idee. Egal. Nimm mir so, wie es ist. Oderman kriegt Grau, ich kriege Grün. Ich feiere das sowieso mehr, wenn wir ein bisschen schlechtere Waffen bekommen. Ja, warum bin ich so langsam, Junge? Warum hast du überall Wasser eingebaut, Edith? Hat dir gar nichts gebracht, Digga. Gar nichts. Ich kann echt gar nichts drüber. Okay, so. Grau, Digga. Oh, MP. Zwei Stück schon. Voll vergessen, dass ich schon eine habe. Cobra, DMR. DMR. Okay. Cobra, DMR ist schon stark. Auch in Grau. So, next one. Fall nicht runter. Wie viele Blöcke haben wir schon? Kohle. Komm, Edith Wars. Komm, Edith Wars. So, geh in eine Ecke. Schummel nicht rum. Kannst du bearbeiten? Das ist ja Edith Wars. Ja, und man kann nicht editieren. Wie viel Leben hast du? 100. 200. Komm, NoScope Battle. Komm. Tamam. Ja, Junge. Du wolltest. Ich habe gesagt, komm. Du hättest Nein sagen können. Ich habe gewonnen. Ich so raus. Ähre los. Komm, Rocket League Auto. Ich habe die verdroht. Ich habe die verdroht. Komm, Rocket League Auto. Junge, diese Dinger sind so schnell. Okay, was haben wir noch? Wo willst du denn hin? Warte mal. Oh, das normale Dart auf dem Boden. Mit dem Auto wird schwer. Das machen wir. Das ist echt schwer. Oh, du fängst an. Okay. Ich musste Radios machen. Ich habe jetzt erst gecheckt, dass es an war. Okay. Ich habe die verdroht. Warte. Oh, clean. Äh? Kann man nichts sagen? Gold ist gut. Okay. Du bist. Ich bin dran. Stabil. Der Trigger. Boah, grün, Digga. Aber wildgrün. Ey, das ist aber ein richtig schönes Grün. Aber das ist so Next Level Grün. Guck mal, wie ich gelandet bin, Freunde. Warte mal. Er bewegt sich. Chill, chill. Das ist doch nicht vorbei, Digga. Das ist doch nicht vorbei. Blau, blau. Warte, warte. Er ist noch am Wandern, Digga. Er sucht sich gerade aus. Ich mache Dings so. Wie nennt man das so? Gläserrücken oder so. Weißt du? Er entscheidet selber, Digga. Du kannst nichts machen. Deine Hand bewegt sich einfach. Oh, Lila, Lila. Ich glaube, Lila ist vorbei. Er ist magnetisch. Er geht zu dir. Geh mal weiter nach rechts. Warte, warte. Nee, nee. Er hat sich für Lila entschieden. Was für Lila? Er geht wieder zurück, Abi. Warte, warte. Er hat sich wieder blau. Er hat sich leider für blau entschieden. Schade, ich dachte, ich kriege Lila. Ey, warum bist du so, Junge? Okay, nein, freue ich mich natürlich grün. Das war ein Bug oder so. Ich weiß auch nicht genau. Okay, das sah echt gut aus. Okay. Fällt euch eigentlich auf, dass ich schwitze? Sieht man fast gar nicht, ne? So. Trommelgewehr. Ey, ey, das gibt nur ein Peace, Digga. Mach noch mehr, noch mehr. Mach noch mehr. Ja, ich kriege nur ein Peace, das soll ich machen. Okay, warte. Ich wäre schon die dritte. Warte, was hat sich? Mütisch oder Gold? Gold, Gold. Gefällt mir nicht. Nö, will ich nicht. Nö. Oh, das nehme ich. Ja, nimm. Das ist aber Lila. Ja, ist doch okay. Aber es ist von Stärke her goldene Waffe. Lüge. Komm, Minigames. Hä, wo laufe ich hin? Okay. Missen die Games. Komm, Kohlebattle. Äh, Kohlebattle. Ich bin Team 4. Diesmal bin ich Team 4. Ja, komm, einmal. Boah, ich warte auch noch. Du hast eh keine Chance bei coole Battle. Ja, coole Battle ist Mucht, Digga. Ja, wenn ich scheiße wäre, würde ich das auch sagen. Ich habe den Fadrut, aber du bist ein Hut. Oh nein, kriege ich jetzt Karma. Freunde. Nein, kriege ich nicht, Digga. Ich habe wildes Aim. Digga, ich wollte gerade MP ziehen. Eherenlos. Äh, achso. Ich habe ein Fanbindung. Hallo, ich bin hier für immer gefangen. Tarnzellen. Geht nicht, ich mache Respawn. Achso, Digga, Junge. Was? Immer wenn du stirbst, kriege ich eine Box und es ist lauter als mein Leben, Digga. Geil. Und das ist echt schon laut. Okay, so. Was haben wir noch übrig? Ah, hier die beiden Big Rifles, ne? Big Rifles. Und Horrorbot und Eikhoffs Wegen. Boah, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Okay, das machen wir gleich, Freunde. Okay, lass mal hier noch diese Dartscheibe nehmen, die senkrechte. Nochmal? Die hier. Wir haben noch, ah, nee, wir haben noch oben hier. Wir haben noch das hier. Ja, lass das nehmen, das ist wild. Auch wieder. Okay. Das sah wild aus. Auch wieder mit nur W durchdrücken. Man darf nicht runter, Digga, okay? Okay, 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 okay. Okay, let's go. Ja, easy, Junge. Ja, easy, Junge. Digga, ich bin, ich fahre aus dem Map, Digga, ciao. Wetten, 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 yo, wo bist du, Digga? Wurz gerettet? Wetten, ich komme noch nicht mehr. Oh mein Gott, ich habe außerdem gegen mein Auto gehauen. Okay, tu es, Junge. Endlich komme ich da nicht hoch, Bro. Ich glaube ich auch nicht. Hast du Boost? Nein. Okay, dann kommst du da nicht hoch. Warte, ich. Ist bereit. Ja, okay. Luck, Jimmy. No scope. Stabil? Boah, jetzt kommst du hoch, ich sag dir. Hm, stabil, mach nochmal. Stabil, stabil. Ach, schade. Minuswaffe, muss ich jetzt eine weglegen, oder was? Warte, ich mache alle Reifen weg, dann kriegst du. Okay. Komm, hier mal her. Probier mal jetzt, Digga. Ich glaube, jetzt geht's. Das ist es. Oh, wild. Okay, mach da. Mit, aber ohne Reifen. Mit, aber ohne Reifen? Mit, aber ohne Reifen. Ich glaube, da kommst du auch nicht hoch, oder? Okay, ich bin am Start. Nein. Irgendwas explodiert. Irgendwas explodiert. Ah, du kriegst ganz einen Schaden. Du kriegst ganz einen Schaden. Okay, mach. Das ist es. Jetzt, die Entscheidung. Das ist Gold. Ich sehe es. Oh, stabil grau. Stabil grau. Warum geht diese Fernbedienung nicht, Digga? Du musst tanzen. Ach, das geht halt richtig. Ich habe Boomerang in dein Gesicht die ganze Zeit geworfen. Hat nichts getrefft. Come to Boomerang, Habibi. Come to Boomerangian. Okay, so. Stabile grau für Odemann. Stabile, was habe ich bekommen? Gold. Nee, exotisch. Boah, Kampf ist entschieden. Ich sag euch ehrlich. Die Waffe zähl ich mit rein, weil das ist Odemanns Waffe. Was ist Odemanns Waffe? Hä? Hä? Oh, Digga. Nach einmal rerollen, Digga. Nach einmal, genau, Digga. Aber dafür darfst du die haben. Komm, lieber Fall runter. Komm, Fall runter. Hä? Ach da. Fall nicht runter. Okay, Ziel. Bist du bereit? Ja. Ach so, das ist ein D-Run, oder was? Ja, guck mal, wie er schummelt. Guck mal, wie er runterfällt. Ich bin auch runtergefallen. Guck mal, wie der schummelt. Äh? Die Falle sind ja alle kaputt, Digga. Was soll man da machen? Nein. Oh, ich weiß den Weg. Ich habe die verdroht. Ich glaube, ich auch. Ey. Okay, das ist nicht einfach. Auf jeden Fall weiß ich hier nicht. Nein. Oh, nö. Dann muss ja der richtig sein. Hä? Ich check's nicht. Okay. Warte mal am Schummeln. Aber den Weg, deswegen. Schummeln. Nein. Nein. Okay. Ich habe die verdrucht, Jadis. Nein, ich bin wieder runtergefallen. Warte, warte. Ich habe den Weg. Hier. Hier. Nein, das ist falsch. Nein, das ist richtig. Der hier. Der hier. Der hier. Oh mein Gott, der hat viel, Digga. Ja, okay. Oder man hat gewonnen. Verständlich. Junge, bei mir geht das nicht. Ich muss immer dies bauen. Ich will erst im Ziel das machen, kannst du zum Kopf. Ich will da aber nicht hingehen. Oh, gerade kommt so ein Luftstoß in mein Gesicht. Das ist wunderschön. Hinter dir. Hinter dir. Wo? Okay. Einkaufswagen. Komm. Komm. Ich glaube, da ist gar keins mit möglich. Doch, doch. Fatou. Okay. Fatou. Fatou? Bin drin. Wir haben nur noch das hier, glaube ich. Das da. Ah, nee. Das haben wir schon gemacht. Was soll ich machen? Was sollen wir machen? Ich weiß nicht. Irgendetwas, was möglich ist. Ja, okay. Wilder Trick. Hast du gesehen, Digga? Das war der Flying. Komm, wir machen einfach. Ich schaff das eh nicht. Ich schaff das eh nicht. Davi! Davi! Okay, wir müssen irgendwas mit Fliegen machen. Lass Dart horizontal nehmen. Glaubst du das? Das könnte was werden. Okay. Dauert ein bisschen, bis ich da bin. Warte. Zieh durch. Okay. Jetzt zieh durch. Okay, zieh durch. Zieh durch. Yo! Ich sag doch! Ich sag doch! Genau. Stabil grau aber. Stabil ist grau? Ja. Okay, mach du. Bereit? Okay, ich bin gespannt. Mit dem Board ist möglich, aber man muss ein bisschen dribbeln. Und? Yo! Wilder Trick! Oh mein Gott! Mythisch Gold! Skrank! Kannst ja aussuchen, was du nehmen möchtest. Mach ich auch. Blöd, Mann. Guck nochmal. Ich hab's gar nicht. Deswegen ist mir egal. Kannst so lange rerunnen, wie du willst. Gönn dir. Mach jetzt auch. Nimm mit, nimm mit. Come and fight. Wo ist der? Come and fight. Ich glaub, hier einfach, oder? Ich glaub auch. Okay, wir verteilen uns. Keine Pumpkin fällt mir grad auf. Egal. Zweimal MP geht auch. Ich auch nicht. Okay. Bist du ready? Bin ready. Ihr klafft. Du weißt, du riechst auf Schnauzehund, so. Du weißt es! Nein! Dein Gesicht in deinen Arsch! Au! Oh mein Gott, was ist ein Gümmel, ey. Aber hat gepasst. Alles gut, alles gut, alles gut. Ist alles gut. Insel vertrut. Ah! Was war das? Wir schlafen! Was war das? Meine Armbrust. Ey, warum bin ich im Nachhinein draufgegangen? Ich hab eine Hügerbrust. Äh, nee, ich hab dir noch einen Hit gegeben. Headshot! Wie, Bruder, wie ghostet sein Vater seinen Onkel? Ah, hier kann man, glaube ich, gar nicht richtig schießen. Hier kriegst du mal einen Boomerang in dein Gesicht. Okay, hat geschmeckt. Warum hast du so gewirrt denn los? Was ist denn los? Nein! Geh schlafen, Junge! Hast du, hast du, hast du? Hast du, hast du, hast du? Geh schlafen, Junge! Ich dachte, ich kann halt das Auto ab und treff dich dabei. Okay, du willst einen Oskop? Ah! Hä? Bei mir kam nicht mal Damage oder so, gar nichts. Du warst einfach tot. Äh, laber nicht! Ja, ja, das sah ganz komisch aus. Okay. Mit beiden noch einen, ne? Oh, wie er den Ekling macht. Krieg Karma, oder? Oh mein Gott! Der ist Switch, der ist Switch, Freunde. Wenn ich das Ganze gefeiert habe, lass ein Like und ein Abo da. War ein knappes Duell. Oh Mann, wird das auf mich schießen? Du triffst hier nicht. Guck. Wir sehen uns morgen, bis dann, ciao!